Ja, das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so. Das ist nicht so. Da sind die Mädels. Vorsicht! Vorsicht! Ja, normalerweise müssen wir da auch pangen. Ja, alle eigentlich sind wichtig. Normalerweise brauchen wir hier zu pangen. Hier ist das nächste Schrauschen. Mädels, ihr müsst danach hechten. Hoch springen, fangen. Die Last ist, oder? Fertig. Noch mal, noch mal. So was hast du? Nee. Danni, geh noch mal einen Meter vor. Du hast so viel Schwung. So was haben wir auch noch nicht erlebt. Ooooooh! Prima! 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 All guten Dinge zum Freier, oder? Den kriegst du jetzt eigentlich nicht mehr wieder. Den muss ich ja jetzt machen. Ist ja ihr Traum. Nee, wenn die Brat entführt wird, dann muss der Freudigabend den Brautstrauß dabei haben. Eigentlich wird's dann ab der Feierabend machen. Ja. 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 Ja.